Eine modernisierte Zwei-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Solingen-Oligs auf der Höhe Meerscheid. Die Immobilie wurde 1999 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche und einen Keller. Die Erdgeschoss-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 88 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 880 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Die Erdgeschoss-Wohnung. Die Erdgeschoss-Wohnung. Die Erdgeschoss-Wohnung.